Meine Damen und Herren, aus der Kabelhauptstadt Deutschlands präsentieren wir STX. Kein Herausforderer kann ihm das Wasser reichen. STX nimmt es mit allen Niederspannungs- und Mittelspannungskabeln bis 35 kV auf. Selbst mit Papierkabeln. Der Champion von MEGA bringt jetzt 80 Kilo weniger auf die Waage. Und das mit integriertem Radar und integrierter Vorortung. STX besticht mit supereinfacher Bedienung, vollautomatischer Steuerung und sonnenlichttauglichem Display. STX ist ein Kraftpaket mit 40 kV DC. Im Stoßbetrieb mit 2000 Joule bei 8, 16 und 32 kV und mit einem 20 kV Brenner. Und jetzt die wohlverdiente Dusche dank IP43. Machen Sie sich bereit für den K.O. Ihrer Kabelfehler. Outro 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 Vielen Dank.